Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing Video, in welchem ich heute die neuesten Infos zur gestern erschienenen Animal Crossing Build-A-Bear Collection mitteilen möchte. Dazu gehört unter anderem, welche Bewohner in der neuen Collection aktuell vorhanden sind, welche eventuell noch in Zukunft kommen werden und ob man diese denn überhaupt auch nach Deutschland bestellen kann. Vorab möchte ich noch eben wie immer auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Blumen und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem neue Schlummer-Inseln entdecken. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord in der Videobeschreibung. Fast einen Monat ist es nun her, dass die Firma Build-A-Bear eine offizielle Animal Crossing Collection via Twitter angekündigt hat und nun ist diese tatsächlich gestern released worden. Die Kollektion umfasst jedoch zum Start lediglich zwei Blühs, bei welchen es sich um Melinda und Nook handelt, welche, wie ich finde, wirklich schön ausschauen und definitiv somit zu den aktuell hochwertigsten Animal Crossing Blühs auf dem Markt gehören. Daher überrascht es leider auch nicht, dass die Blühs bereits nach einigen Stunden trotz des Preises von 51 US-Dollar restlos ausverkauft waren und die Produktzeiten zu den einzelnen Blühs aktuell auch nicht mehr aufrufbar sind. Jedoch sollen die Bestände laut Build-A-Bear so schnell wie möglich wieder gerestockt werden und man kann aktuell bereits wieder seine E-Mail-Adresse eintragen, um dann benachrichtigt zu werden, sobald neue Blühs auf Lager sind. Und ja, man kann sich trotz der Tatsache, dass es keine Build-A-Bear-Shops mehr in Deutschland gibt, die Blühs auch nach Deutschland liefern lassen, da Build-A-Bear weltweit versendet. Neben der Tatsache, dass die Blühs nun doch so schnell ausverkauft waren, ärgern sich zudem auch viele Fans darüber, dass lediglich nur zwei verschiedene Blühs, also Melinda und Nook, zum Release angeboten wurden, da viele mit einem deutlich größeren Sortiment gerechnet hätten. Jedoch gibt es hier bereits einige Anzeichen, dass Melinda und Nook erst der Anfang waren und wir in Zukunft noch mit deutlich mehr Bewohnern in Blühform rechnen können. Das erste Anzeichen, welches darauf deutet, dass wir demnächst noch mit deutlich mehr Animal Crossing Blühs rechnen können, wäre die Tatsache, dass wenn man im Build-A-Bear-Online-Shop in der Suche die ähnlichen Namen der Bewohner eingibt, man bei einigen Bewohnernamen direkt zur Animal Crossing Seite von Build-A-Bear weitergeleitet wird. Und ein User scheint tatsächlich mal alle Bewohnernamen in der Suche eingegeben zu haben und folgende elf Bewohnernamen leiten zur Animal Crossing Seite weiter. K.K. Slider, Gunnar, Katharina, Huschke, Fatima, Bob, Coco, Maria, Vroni, Cleo und Barry. Des Weiteren hat Build-A-Bear via Twitter auf die Aussage mehrerer User, dass noch weitere Bewohnerblühs kommen werden, mit einem zwinkernden Smiley reagiert, was auf jeden Fall auch nochmal einigen Spekulationsraum offen lässt. Ich persönlich halte es daher für sehr wahrscheinlich, dass wir noch weitere Animal Crossing Blühs sehen werden und bin mal gespannt, was da noch so kommen wird. Der Kanal MerylTrends hat btw auch ein kleines, ja, Promo-Video zu den neuen Animal Crossing Blühs hochgeladen, in welchem man sich nochmal einen kleinen Eindruck von den Blühs im Real Life machen kann. Das Video habe ich euch in der Infocard verlinkt. Ansonsten waren es so ziemlich alle aktuellen Infos zu der neuen Animal Crossing Build-A-Bear-Collection. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video ein wenig gefallen hat. Falls ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 61,2% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine neuen Videos mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke. Somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal.